So, hallo und herzlich willkommen zurück. Penis stinkt nach Penis. Danke und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Let's Play was? Smite, Smite, Smite. Äh, ich hab's nicht vergessen. Es ist schon ein bisschen her, dass wir das gespielt haben, deswegen kann man das mal vergessen. Auf jeden Fall. Vor fünf Minuten? Genau. Auf jeden Fall, ich bin grad voll raus. Echt? Genau, ich spiel Tür. Tür? Und ich spiel jemanden, den ich noch nie gespielt habe. Ich spiel Tür, er spielt Fenster. Ähm. Alter, ich hau dich. Ich hau dich. Nein, nein. Alter, hab ich ein Angriffstempo, ne? Und, zack. Das hat sich ja gelohnt. Boah, hast du damage gemacht. Alter, die wären fast tot umgefallen. Boah, ja, Mann. So, pass auf. Magischer Schiltsch. Zack. Aaaaah. Weil der Zeus ist einfach jemand, der macht zu Damage. Der macht einfach... Der macht einfach Hammer. Damage. Komm, den kriegen wir. Jawoll, der weiß. So, ich müsste, glaub ich, mal weggehen. Mit 33 live. Äh, ja, ich auch. Ich hab den schnellen Weg zurückgenommen. Das heißt. Ach so. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Warte mal, kann ich das doch durch die Wand einsetzen? Ne, schade. Was, durch die Wand einsetzen? Jawoll. Brauchst du nen Blubuff? Blubuff? Ja, komm mit. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Hast du ihn gekriegt? Ja. Ach, Kühle gehabt. Nee. Ich hab aus Versehen am Ende noch nen Crit reingehauen. Na, ist doch gut. So, Sammy, warte, lass dir zum Tower kommen. Toll, gut. Ja, ich weiß. Was will'n der hier Mio eigentlich, ne? Alter, wie krass die Minions Damage machen, ne? Nee, kaum mehr. Fast gar nicht. So, erstmal Ulti haben. Oh, ich muss auch meine Ulti holen. Alter. Oh, nee, ich greif den jetzt nicht an. Na, ich greif ihn doch an. Wollt ich dir grade empfehlen? Alter, ich kann ja jetzt noch reingehen. Ha, ich kaufe mir den hier. Oder? Nee, ich kaufe mir den hier. Na komm, bisschen Donner kann ja gut tun. Donner tut immer gut. Nein! Boah, dieser Lacker, ne? Boah, dieser Lacker, ne? Dieser Scheiß Lacker. Ist echt so. Boah, Mann! Ach, komm, ein bisschen schneller hier. Ich hab Angst, ich hab Angst. Du hast Angst? Ich hab Angst. Das tue ich nicht so gut, ne? Vielleicht liegt das aber auch an den Bonbons. Ach, du meinst an die Bonbons? An die Bonbons. Du meinst der Bonbon? Ich mein der Bonbon. Achso. Bonbon. So, jetzt mach ich 1200 Magical Damage. Junge. Ohne Witz, die Ulti ist ja mal richtig scheiße. Was ist denn die Ulti nochmal? Der springt hoch in Stunt alle und macht kaum Damage. Achso, das da. Ja, das ist ein bisschen scheiße. Ist ja mal richtig erwärmlich. Nee, ich find das eigentlich voll gut. Ja, das ist richtig gut. Das ist echt voll gut, ne? Ja, das ist schon richtig gut. Ich will lieber Frost haben. Alter, wie scheiße. Ich will ja nix sagen, aber ich hab 300, ne? Ja, ich hab 0,2. Ich mag den nicht, der ist scheiße. Ja, und ich krieg wieder Tower Damage. Komm, den hole ich mir jetzt. Mach das. Boah, die ist rar, ne? Die ist rar, alter. Jetzt kommt mal meine Minions, ey. Meine Fresse. Ja, mit Minions angreifen kann jeder, mein Freund. Die sind Bogenschützen und machen übel viel Damage. Das ist so krass. Äh, durch die Mitte kommt rar. Komm, den hauen wir. Nein. Was denn? Oh, da kommt noch einer. Oh. Nice. Ich bin, ich mach net viel Damage, ne. Eigentlich ist es normal. Alter, das ist so krass, wie die Damage machen, ne? Ne, die machen eigentlich normal Damage. Ja, die machen normal Damage. Normal Popo, viel Damage. Genau. Ich will da nicht back, ich brauch noch Geld. Ja, ich brauch noch ein bisschen Geld. Obwohl ich hier eigentlich nicht mehr an Mana und so hab. Komm, den machen wir alle. Ja, dann geben wir auch Geld. So, ich geh jetzt mal einfach im Tower weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich nicht. Du nicht? Du hast es geschafft. Was? Du hast es sehr gut geschafft, zurückzugehen. Ja, die waren hinter mir plötzlich. Die waren hinter mir plötzlich. So, ich will nicht sagen, aber ich hab 4-0-2. Das ist nicht schlecht. Ich hab null Deaths. Na, eigentlich ist es schon schlecht. Ja, eigentlich ist es schon schlecht, ne? Boah, Zeus ist so einer, der ist überhaupt nicht overpowered. Nö, glaub ich auch. Mhm. Und du siehst der Drache, ne? Die du immer genommen hast. Das ist auch nicht overpowered. Der ist nicht overpowered. Immer genommen. Den hab ich einmal gespielt. Vielleicht zweimal. Ja, ja. Wir haben insgesamt 12.000 Gold, die haben 9.000. Wir haben 6 Kills, die haben 2 Kills. Boah, pass auf, den machen wir fertig. Zack. Ne, kriegst du nicht. Doch, hab ich doch nicht gekriegt. Der eine Angriff von Zeus ist so unlogisch. Der macht so... Alter, was für eine Range hat denn der? Alter! Leck mich! I can't help me! Ja, das kannst du ja laut sagen. Ops. Das ist doch nicht so gut. Sehr stark, Sally. Scheiße! Das tut kein Kacklappen, ey. Ja, ist echt so. Meine Fresse, bin ich schlecht. Ist aber einfach so. Dass ich 5 Kills hab und 2 Assists, ne. Ich bin einfach nur schlecht. Daran nichts. Ist echt so, ja. Der D-Ulti ist behindert! Der D-Ulti? Boah, die Ulti ist behindert, hab ich gesagt. Wie hast du denn gesagt? Ich hab das gesagt, mein Freund. Hast du nicht gesagt, mein Freund. Die Ulti ist so scheiße. Ne. Ja, doch, die ist richtig scheiße. Ja, meine Ulti ist auch voll scheiße. Alter, da kommt einer! Da kommt einer! Wo denn? Erstmal schnell aufbauen. Hahaha. Erstmal Spell reinhauen. Ne, ich mach halt viel Schaden. Komm, wir machen die. Die können nix. Die Minions, meine ich. Und? Nein, nicht da rein! Fuck! Nochmal geklappt, schade. Wie scheiße bist du du? Scheiße bist du du? Und? Nein, nicht da rein! Alter, wie ist... Wie ich da hinten Schaden mache, ey. Oh! Ich mach... Ich bin nicht fast tot, ne? Ne, ne? Wollte ich nur mal sagen. So, jetzt hab ich endlich Lifestyle. So. Boah, Lifestyle ist voll scheiße. Ja. Das bringt's echt überhaupt nicht. Ja, ist einfach so. Was bringt denn dir Lifestyle, bitte? Ja. Außer, dass du halt voll viel Leben hast, ne? Was bringt's dir? Nichts. Ja? Außer, dass es dich so krass stärker macht, ne? Ja. Bringt's hier gar nichts. Ups. Hab ich außerdem jemanden gekillt. Passiert. Das passiert mir auch manchmal auf der Straße. Echt? Ja. Ja, das ist voll scheiße, ne? Ohne Witz, das ist so kacke. Du kannst halt nichts dafür, wenn dir aus Versehen mal der Zeigefinger an der Knarre abrutscht. Deine Mutter. Ich rette dich. Renn weg. Ich rette dich. Mach nicht weg, ey. Hier, zack, Alter. Nimm mal ne volle Offensive. Komm, lauft doch in den Donner rein. Lauft doch in den Donner rein, wenn ihr wollt. Ich hab ihn rausgehauen, okay? Okay, okay. Ne. Ich hab den gekriegt. Ja und? Ist doch gut. Ja und? Ist doch gut. Loll, das ist so ein Witz, wie die Ra einfach kacke ist und stinkt. Ja, ist einfach so. Ist einfach echt so, ne? Die Ra ist scheiße. Ra ist echt scheiße. Ich bin der Phoenix und schieß nochmal. Komm, ich fühl mich jetzt. Ich will nicht sagen, aber die haben ja nicht mal unseren Tower berührt. Ja, ist schon ein bisschen. Ist schon ein bisschen arg. Brauchst du einen Buff? Nö, oder? Stirbst du gerade? Ne. Boah, Junge, dieser Wichs. Dieser Lack. Unglaublich, dieser Lack. Erstmal ein 6... Alter, ich schlag manchmal 660er Critz. Nee. Nee. Nee, hast recht. Ich glaub, ich lüge. Ja. Du lügst doch. Ja, ist so. Ich lüg, das ist meine Leidenschaft. Echt jetzt? Ja. Den ganzen Tag lügen. Ja genau dieser scheiß Phoenix! Ich komm mit dem nicht klar. Was ist das? Neu! Ich komm mit dem. Ich nicht. Du bist so ein verkackter Lacker. Ich weiß nur meine Ulti. so ist er und weiß aber ich bin der Prüster mit tun was auch von der Nähe so müssen wir so damit klarkommen Prozent das hier ist zum Ausdruck und er ist auch ausgerutscht komm mal in dem er noch platt macht es ist erst mal hier weg warum so ich mach mal kurz in Phoenix dann hast du mehr Geld zum Einkaufen so Marison von 33,8 Menschen die Damage das ist wenig eigentlich ne das ist echt wenig ich hab noch mehr von dir aber ohne Witz ich hab Zeus ne ja genau weißt du mein Ulti soll stunn rat mal was sie macht sie stunnt nicht gut ohne Witz gell ich hab Zeus ja Gott vom Himmel und was mach ich? ich reite auf ner Minivolke und die ist auch so saulangsam das ist echt sehr königlich das ist göttlich oh ja ey what the fuck ich komm mit dem einfach übel nicht klar mit dem Champion sorry aber ne nein ich kack ein bisschen ab die Runde vielleicht ach der Phoenix ist da auch nice du hast 8 du hast 7 zu 1 7 zu 1 ja stark ich sag ja äh zeus macht net Damage ja ich komm mit Magiern aber ich glaub Magier sind einfach besser in dem Spiel ist einfach so ja glaub ich nämlich auch komm lock sie lock sie lock sie nein ich lock sie nicht ich tank den Tower ich kann das ah fuck scheiße scheiße jetzt hab ich's auf dem Spawn angehört und ist bisschen doof fuck ups ach scheiße pass auf boah das war knapp boah Junge wie langsam ist denn Zeus ey meine Fresse boah Junge boah Junge rar macht zum Glück auch kein Damage ne boah Junge boah Junge ey langsame, langsame Durchkirche nein oh Junge so ja die ist ja toll gestunnt ach sterbst du als ob ich sterbe ich würd gern auch mal einen killen ich hab 6 Assists ja toll danke 6 Assists oh man ich bin noch kein Supporter ups Magier sind einfach mega OP in dem Spiel ne alter Rabar kurz vor seinem Ziel ne wo er sich heilt und dann töd ich ihn noch bitter das ist schon irgendwie bitter also jetzt spiel ich nur noch Magier ich würde auch Magier lieber spielen ne ja die sind einfach besser die sind einfach viel zu OP ne 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 die sind ganz normal das ist normal ne LOL der Phönix ist wieder da ja gut ich bin tot hehehe das warnt direkt dann wenn ich da bin ne ja ist halt ein bisschen technisch so ein Lack das ist doch kein Lack ne ist normal ne ne ist normal ne das bringt dir meine Aura ich verstehs nicht Leute jetzt ist grad geleckt so krass alter meine Aura macht ja mega Angrissschaden wie viel ich hab jetzt allein durch die Aura ich glaube 60 Angrissschaden dazu gekriegt oder so und wie viel hast du jetzt insgesamt äh 310 315 330 ich bin 101,3 National Damage 700 ist ja eigentlich wenig ne jetzt zeig dir mal wie ich abgehe du zeigst du mir wie du abgehst bin hier irgendwie nicht zu gut ich zeig dir jetzt vielleicht wie ich gehe what the fuck ey ja jetzt stirb ich ja Alter sagst du wir töten jetzt den Ding ja den mach ich solo jetzt machst du solo hat er dich auch down gemacht ja wie hab ich denn dann auch das down gemacht mich hat er zum Glück nicht down gemacht aber ich hab den auch schön mit meinem Blitz mal einen reingehauen hast du auch die Ding angegriffen ich hab Ulti und dann alles angewendet auf die Rane ne auf den Stier so ok gut genau danke fürs zuschauen und bis zur nächsten Runde